jo was geht meine lieben poké sisters und pokébros und herzlich willkommen zu einer erfrischend neuen folge von detektiv pokémon ja das team ist immer noch das gleiche und ja wir erwarten noch einen anruf ich war noch einen anruf ja wie gesagt es hat sich nichts geändert hallo sehr geehrter lost unser detektiv büro hat ein paar lukrative aufträge für sie wir werden diese an ihren laptop senden die detektei bedankt sich für ihre mühen wir melden uns sobald neue aufträge fordern so alles klar vielen dank was ja wir haben nur ein auftrag leider diesmal fettes ding eisstrahl nice 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 neue indizien und co und wir haben rote 25 erreicht das heißt wir können etwas neues neue tiefer stellung erwarten und hast nicht gesehen sehr geehrter lost unsere detektei hat soeben einen sehr wichtigen auftrag angenommen wir bitten darum diesen schnellstmöglich abzuschließen ebenfalls werden wir noch weitere aufträge an ihren laptop senden viel erfolg ja da würde ich mal sagen spontan spontan ja wir machen jetzt trotzdem erstmal weiter schauen mal ob wir eine team verstärkung bekommen legen wir los kommt bitte was geil ist was geistes geiles was geiles geiles also das cool das cool typ pflanze haben wir noch nicht coco weil was machen wir ich würde sagen erstmal eine kopfnuss geben ok können wir noch mal weil ein krit wird safe nicht killen ok jetzt werfen wir einfach mal im ball by the way ich habe noch kurz vor der aufnahme noch ein bisschen geshoppt das klappt hier mal wieder wunderbar bleib jetzt einfach drin komm du willst es doch auch jawoll wir haben kokowai gefangen so dann benennen wir kokowai nach ich würde sagen Sonoko 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 Yes er wird in die box geschickt ja dann würde ich sagen wir haben ja noch einen weiteren auftrag bekommen ein eilauftrag ich heile eben meine pokémon und dann sehen wir uns gleich ich gucke ich schaue mal ob ich das team noch anpasse und ja dann würde ich sagen bis gleich ich bin wieder zurück und die neuigkeiten ich habe alle auf level 19 trainiert ich meine Sonoko hat eine neue attacke erlernt und zwar stampfer drasche hat nichts neues erlernt und ich habe professor agasa felsgrab beigebracht ja dann sind wir gerüstet für unsere gro unseren großen auftrag ja fangen jetzt einmal direkt an platz ich bin dein erster gegner es geht los ok dude aber wir haben professor agasa vorne von daher ist es nicht so schlimm kekli läuft muss ich leider direkt auswechseln schmeißen wir Sonoko rein Doppelkick nehmen wir nehmen wir gerne drücken wir aber direkt Konfusion oh schade reicht noch nicht ganz drücken wir nochmal einfach alter ja gut er ist plus 1 aber ist ok ist ok können wir mit leben dodo ok da müssen wir wieder wechseln wir gehen in elektrik ja genau alter predicted as fuck boah er hat gerade einen kurzen Herzstillstand ey ah egal Donnerschlag kommt müsste killen du du hast ja jetzt auch nicht die größte verteidigung aber ich würde sagen wir machen einfach direkt weiter wie du ich bin schon zu gut für dich Misty muss sich nicht mit abgeben ah ok wer läuft bei dir arrogant as fuck Gwendoline alter Stolos yo ähm ja da wechseln wir direkt auf Konnen raus und das sollte eigentlich naja nehmen wir ist ok Fußkick das ist natürlich jetzt nicht so geil obwohl Fußkick trifft eigentlich oder auch nicht kein crit alter und er kriegt den Angriffsboost ich glaube es hackt das reicht noch nicht ja wir müssen aussächseln ähm was gehen wir in Ranmori plus 1 alter kopfnuss ok ja gut blut müsste killen und damit haben wir den zweiten Trainer besiegt ja dann würde ich sagen wir laufen jetzt noch mal eben wieder ins Pokémon Center und heilen wie es sich gehört Entschuldigung muss eben das Mikrofon richten danke bitte tschüss ja gehen wir direkt ins Meeting mit der Bademeisterin Misty du musst neu sein ich habe dich noch nie gesehen wenn ein Trainer zum Profi werden möchte muss er sich eine Pokémon Taktik erarbeiten auf welche Weise fängst du deine Pokémon meine Strategie basiert auf dem gnasenlosen Offensiv Einsatz von Wasser Pokémon ok amoroso oh god ja ok ja level 18 das wird nix machen vielleicht triggern wir oder auch nicht oh shit ich hätte auswechseln sollen nein oh 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 holy shit ähm ja Genta it's Genta Time da da boah alter heftig hey Scanta Time alter der drückt Donnerschlag ja killed sauber alter Schwede der ist mir gerade echt das Herz wieder in die Hose gesackt ey Lavita ok 21 ähm ja müssen wir auswechseln wir gehen in Conan ok ich weiß nicht sind wir schneller ey ich riskier's nicht tut mir leid ähm wir machen jetzt mal ein double switch kogoro kreideschrei kommt ok ja hätten wir doch noch ähm ähm na jetzt kommt gleich ne tag double switch nochmal wie gesagt silberblick ok minus 1 wir haben zwar nix an egal wir gehen direkt rein mit karate schlag au au ok jetzt 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 wechseln wir nochmal sind minus 3 ähm wir gehen in nochmal ein kogoro raus super dran kommt wir haben vier highlight items jetzt nee haben wir nicht quatsch ich mach das ja ohne ok nimmt er wie ein mann schreck zurück dann machen wir mal die gleiche taktik hier sandsturm ist ok können wir mit leben schippt uns ein bisschen an aber ist nicht so schlimm 3 ok kommen gehen wir nochmal lavitas jetzt minus 2 verteidigung wir sind jetzt minus 1 wir gehen ja mit kopfnuss dabei macht ordentlich ja ich glaube wir wechseln jetzt lieber nochmal sicher sicher ich will hier nicht unbedingt ein pokémon verschenken gehen nochmal in korn raus bis ja ok kann mit leben müsse killen so konnen erreicht level 20 das top ja die bademeisterin ist besiegt money cash in the tash der quäron lässt alle pokémon müssen ähm 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 oh ich muss auch so Sehr geehrter Lost, unsere Detektei dankt Ihnen für Ihren großen Einsatz und Ihre Hingabe als Pokémon Detektiv. Diesbezüglich verleihen wir Ihnen mit voller Stolz den Quell-Orden. Ja, wir haben eine neue Auszeichnung, den Quell-Orden. Wir haben keine Verluste gemacht. Das ist richtig schick. Wir halten unsere Pokémon jetzt noch. Und dann würde ich sagen... Also, meine lieben Poké Sisters und Poké Bros. Ich hoffe, euch gefällt bislang die Reise von Detektiv Pokémon. Und falls ihr die nächste Folge nicht verpassen wollt, ihr kennt es oder ihr kennt es vielleicht noch nicht, lasst ein Abo da. Ring the Bell. Aktiviert das Glöckchen. Folgt mir auf Facebook, Instagram. Da werde ich auch immer ansagen, wann, wo, weshalb, wie neuer Content kommt. Aber... Es steht auch immer in der Beschreibung. Jeden Montag, Mittwoch und Freitag kommt eine neue Folge. Ab 18 Uhr. Auf diesem Kanal. Ja, ich habe schon wieder viel zu lange geredet. Nochmal danke fürs Zusehen. Lasst eine Bewertung da, kommentiert. Haut rein. Bleibt gesund. Und tschau.